Morgen, Chef. Chef, wir müssen irgendwas machen mit Salvatore. Das geht nicht so. Ja, weil ich habe Angst, dass ihm irgendwas passiert, weißt du. Ja, sei gegen Schweiz verloren, der Mann ist depressiv. Das ist nicht normal. Ja, der sagt, wenn Augen zu machen, diese Schweizer Fahne vor Augen sehen, weißt du. Katastrophe, also, wir heute Morgen irgendwas erklären, gar nicht so zeigen, mit Hand. Da siehst du, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, und dann diese Fatmir noch, diese Fatmir immer provozieren bei ihm. Der arme Salvatore anfangen, arbeiten, Fatmir hinter ihm sagen, Shaqiri kommt, Shaqiri kommt, der Schaufel wegschmeißen, abhauen. Ich sage, Fatmir, warum machen, aber der nur lachen. Was willst du machen? Ja, Ali habe ich versucht ein bisschen zu trösten. Der sagen, Montella, ich traine von Türkei, Italien, ich immer noch dabei nicht so traurig sein, aber der nichts akzeptiert. Also, am besten Kurs schicken, Chef. Kurs schicken, dass seine Kopf ein bisschen wieder klarkommt. Weil ich habe Angst, wenn irgendwas passiert, Chef, dann haben wir Arschkarte gezogen. Ich wünsche Ihnen folgendes Mal weiter. Ich wünsche dir.